Hallo, hier ist wieder Tomeka und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Postal 2. Ja, ich würde sagen wir machen jetzt weiter hier. Also wir haben ja versucht letztens Onkel Dave zu retten, sind dann allerdings ziemlich böse in die Bullen reingerannt. Ich werde es nochmal mit Snipern versuchen. Also von einer ganz bösen Stelle hier oben. War ja ziemlich interessant und hat ja gut funktioniert. Also versuchen wir es mal mal gucken, ob wir diesmal wieder drauf gehen. Oder ob man es diesmal ordentlich durchziehen können. Geht schon los. Gute Nacht. Ja, Onkel Dave hat eine Party. Krass, ne? Eins und zwei und zwei und vier und fünf. Da noch einer. Sieben, äh sechs erstmal. Da ist der siebte, oder? Okay. Nächste. Man, ich werde nicht stoppen, diese Scheiße. Ja, ja. Tut. Tut. Ach, ich habe ja was vergessen. Da, genau. So. Ich habe mich ja ganz vergessen hier vorne. Wie die Fliegen. Die fallen wie die Fliegen, ne? Ja. Shit. So, gehen wir mal auf zum neuen Grillverein Dave. Grillverein Onkel Dave e.V., um es ganz genau zu nehmen. Ähm... Sehr schön. Ah, der hat mir ne Waffe runtergeworfen. Eine Schneiber. Mist. Schon wieder den Timer vergessen. Ich werde nicht stoppen, diese Scheiße. Ja, Alter. Wir wissen es jetzt. Oh, jetzt habe ich meine Waffe weggesteckt. Ich habe fast keine Muni mehr für das Teil. Leute... Oh... Ja, ist okay, ist okay. Also, die haben nichts dabei, was ich brauchen könnte. Ich gucke hier immer mal nach. Nicht, dass ich jetzt von einem Raketenwerfer abgeschossen werde. Dam... 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 Genau von so einem. Daneben. Äh, jetzt zappelt er mal nicht so. Also, mal im Ernst. Hier einen rumgezappelt. Egal. Äh... Ja, ich... Oh, äh... Panzerrohr. Guten Tag. Napalm. Sense. Basebohrschläger. Äh... Heckenschere. Axt. Butterfly. Pistole. Halbautomatik. Schrotflinte. Ah... Wo ist denn meine Maräten? Ne... 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 Wo war denn die... Ah, hier. Ah, hallo. So. Haben wir die Schrute... Äh... Die Maräte ausgerüstet. Dann gehen wir mal rein. Hier sieht's nicht so gesund aus. Onkel Dave, ich komme. Onkel Dave. Ja, ja, der Typ. So. Hier ging's rein. Dann ging's... Ähm... Hier hoch. Hallo? Hallo? Ah, jetzt. Okay. Hier rein? Nein. Ich mache ich nichts. Ich tue euch nichts. Ich bin freundlich. Ich gehöre zu euch. Zu eurem Clan. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Guten Tag. Guten Tag. Lass mich doch mal hier... Mann. Ich muss mehr von diesem guten Sachen finden. Gut, hätten wir. Dann gehen wir hoch zu Onkel Dave. Okay, gehen wir nicht, weil wir falsch abgebogen sind. Aber ist ja auch nicht weiter schlimmer. Gehen wir wieder runter und schauen weiter, wo wir jetzt hier langen müssen. Ich weiß es nämlich schon gar nicht mehr. Ich denke mal hier. Jaaaa... Was ist das denn? Ah, okay. Jetzt geht's hier durch einen... Bus oder irgendwas ähnliches. Ne, hier komme ich her. Okay, dann geht's halt zurück. Durch den... Bus oder sowas ähnliches. Jaaaa... Hier bin ich schon mal falsch abgebogen. Genau, hier ging's weiter. Nein, nein, nein. Kein Stress. Alles cool. Easy. Alles easy, Junge. Hier war nix. Na gut, dann gehen wir hier rein. Gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Hallo? Ähm... Jupp. Gut. Wetten wir auch. Ähm... Nein. Äh... Oh, Entschuldigung. Ich bin grad gegen das Mikro gestoßen. Hier steht der Panzer drin. Die passen ja dann drauf auf, dass hier nichts passiert. Wo kommen wir denn hier lang? Hier sind Ölfässer. Ähh... Ihr seid gut, gut, gut. Ihr seid alles klar. Jaaaa... Yeahaaa... Sooo... Einen Raider. Den werd ich auch mal einsetzen. Aber ich weiß noch gar nicht wofür, also... Ich hab den nie benutzt. Ich glaub ich hab den nie benutzen müssen. Jaaaa... Let's go! Auf nach Hause hat er gemeint. Na dann. Wollen wir mal schauen, ob wir nach Hause kommen. Ich trink mal einen kleinen Schluck. Das muss jetzt sein. Weil es dürstet. Schau mal! Sie kommen direkt an uns! Sehr schön. Na dann wollen wir mal. Sag mal wo kommt ihr denn her? Was? g7 god G8 g9 G4 g1 g3 G1 Das ist gut, hier sind viele. Die helfen mir natürlich alle. Nicht auf mich! Du Fatze! Ah, alles in Brand gesteckt. Das ist das Ticket. Das kann nicht gut für mich sein, aber ich fühle mich gut. Hier ist ja was passiert, ey. Immer mehr, immer mehr davon. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo sind die ganzen Idioten hin? Meine ganzen Helferlein? Onkel Daves Gefährten? Mist. Ich komme also nicht auf den Tower hoch. Das wäre jetzt echt gut, um den Überblick zu kriegen. Weil Onkel Dave hat ja so einen schönen Turm hier. Und dann... Ja. Oh Mann. Oh, wo kommt denn ich jetzt alle her? Ich komme zu deinem Bio-Swipe. Auf! Hey! Onkel Dave! Ne auf mich schießen! Ich helfe dir grad. Ich hoffe mal, ich habe jetzt... Alle... Ja, hier muss man ziemlich aufpassen, wie ihr seht. Die kommen ja jedes Mal um die Ecke gestürmt hier. So, hier ist nix. Äh, ich geh mal hier hoch gucken. Eventuell findet man ja oben manchmal was. Was man... Aha, hier geht's auch lang. Das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant. Ähm... Scheiße. Raus hier. Raus hier. Äh... Okay, so schonmal nicht. Erstmal ordentlich umgucken hier. Ich schätz mal, irgendwo wird sie wieder an Scharfschützen stehen, oder? Also, ich glaube ja nicht, dass die uns einfach so gehen lassen wollen. Egal, wir gehen dann mal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich geh dann mal, ich geh dann mal. Es sind noch mehr, ich hör's. Fuck, oh fuck, oh fuck. Jetzt hab ich aber ganz schön was gefressen, hä? Boah, scheiße, 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 was geht denn hier ab? Oh, scheiße, scheiße. Alter. Alter Schwede. Scheiße. Schlechter Wurfwille. Jetzt reicht's. Jetzt kommt Mr. Atomica. Ah, das ist das Ding. Ja, wie ihr gesehen habt, Grillverein. Davey V hat schon wieder gegrillt. Riesenfeuer war das ja. Also, wir haben ja richtig was vom Stabel gelassen, hab ich ja richtig Mühe gegeben. So, hier sind die Hunde. Okay. Police Line gecrossed. Ähm... Ich hoffe mal, ich komm jetzt hier raus. Oh, die andere. So, hätten wir auch. Haben wir noch was zum Heilen? Das sieht nicht danach aus. Aber ich denke, ich hab's geschafft. Was? Nein! Da kommt er eh noch mit einem Raketenwerfer angerannt. Muss ich das jetzt alles nochmal rein zu machen? Ach, nee, oder? Oh, nee. Oh, nee. Oh, bitte. Warte. Nein! Leute! Was mach ich denn jetzt? Ich kann es doch nicht fünfmal machen. Da habt ihr jetzt fünf Folgen lang das gleiche oder was? Das wäre ja uncool. Ich versuch's jetzt nochmal. Ansonsten lass ich mir was einfallen, spiel das bis ich raus bin. Und dann hänge ich das einfach in die nächste Folge, wenn ich dann weiter bin. Weil... Das habt ihr jetzt schon so oft gesehen. Alter. Irgendjemand hatte gerade eine Rakete geschossen. Wo kam die Rakete her? Wo ist der Typ? Mann. Ich werde nicht zuhören, zuhören, zuhören. Du warst das, hm? Oh, alter Schwede. Aber hier komme ich ja auch nicht mehr wieder hoch oder so. Sonst würde ich ja einfach zurück rauslaufen. Ist da noch mehr. Das war doch noch nicht alles. Lass mal raus. Da ist noch einer. Ich fühle mich nicht mehr. Ich fühle mich nicht mehr. Gut. baby also gut noch mal ich versuche jetzt noch mal wenn ich dann nicht schafft mache ich hat bis ich geschafft habe also denke ich zumindest was haltet ihr davon ich denke es ist für euch sicherlich auch langweilig wie das gleiche zu sehen hier ist schon hoffen tut was ist hier los könnte es jetzt vielleicht sein dass es alter was ist denn hier passiert jetzt sind die ganzen weißen typen nicht mehr da das ist allerdings mist war ja jetzt müssen wir noch mal zu onkel dave gucken einfach mal wird irgendwie durchkommen hier sind noch ein paar typen von euch gut hallo ja schauen wir mal irgendwie rauskommen hallo die crackpfe kann schon mitnehmen ja das kenne ich doch jetzt nur schon hier ich weiß doch ich weiß doch ja ist alles in ordnung ah leichte probleme mit meinem headset gerade gehabt kleinen moment okay weiter geht's ja so ihr seid tot gut soo hier ist die Halle ne ja hier ist die Sporthalle soo na dann schauen wir mal nicht auf mich ihr Idioten nicht auf mich ihr Idioten Hilfe Scheiße wo ist die Granate da oben nicht auf mich nicht auf mich tro bei ich nicht auf mich ich bin nein aber aber Geh weg! Ahhhhh! So was! Geh weg! Shit! Ja, das Grillverein, Dave! Sieh! Sehr nice! Haha! Sehr, sehr nice! Würde ich sagen, erst mal heilen! Ach, du scheiße! Obwohl wir müssten ja gleich noch heilen... Na ja, ich verlasse mich da. Wo sind meine Crackpfeife? Hier ist einer. Aber ich fühle mich groß! Ich laufe! Hilfe! Keine Cops! Nach hier! Alter! Das ist ja manchmal echt nervig hier. So, jetzt schaue ich noch mal hier oben. Ich komme ja einfach nicht hoch. Schade eigentlich. Es wäre zu einfach, ne? Äh, ich denke, daran liegt's. Es wäre zu einfach. Jetzt habe ich schon wieder meine Scheiße... Oh, Mann! Ge-crap... äh, gesmoked hier... Und hab... ja noch... Hier ist eine für deine Mutter! Jo, Alter! Wie du abgeheselt... Damit habe ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht mehr gerechnet, dass die so schnell hier stehen. Aber okay. Oh... Ge-crap... Wo kommt ihr denn auf einmal her? Ich kann nicht atmen! Du kannst nicht atmen? Oh, schade. Ja, hier liegen so viele Medi-Kids rum. Oh, Mann! Ja... Ich schrei nach deiner Mami! Oh! Wo kommst du denn auf einmal her? Ach, hier ist zugeschüttet auf einmal her! Ja, ich muss übers Dach raus! Das ist ja Wahnsinn! Hell yeah! Na gut, dann gehen wir halt übers Dach. Gucken wir uns um. Nicht, dass wir eine Überraschung bekommen. Na, gut. So... Wisst ihr, was ich jetzt hier mache? Speichern! Hahaha... Ja, ich speichere hier ganz dreist. So... Und jetzt gucke ich gleich mal, ob ich schon vorher welche wegkratzen kann. Von weit weg. Wo ist denn mein Scharfschützengewehr? Ich hab keins mehr. Schauen wir mal, ob wir da was sehen. Ja, sehr gut. Eins... Da drüben stand da auch noch einer. Zwei. Da unten... Ist schon tot. Okay. Da hätten wir schon mal die Cops weg. Shit. Autsch. Ist mal ungesund. Ist mal ungesund. Aaaaaaah. Ach du Scheiße, ist der wahnsinnig. Mach das nicht! Alter! Bist du dumm, Junge! Null vielleicht? Neun, acht, acht... Gut. Das Scharfschutzgewehr muss ich mir merken. Scheiße, scheiße, scheiße! Hehehehe! Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße! Scheiße! Das macht er! Oh nein, komm schon! Jetzt wirft er wieder mit Granaten her durch die Gegend. Erstmal weg hier. Okay. Den hätten wir erstmal entschärft. Haha! Was für ein Wortspiel. Und dann nehmen wir mal... Aha, hier haben wir die Brennstoffe. Hier haben wir die... Ah, okay. Na dann. Auf zum fröhlichen Jagen, ne? Gut, hier gibt's mit Kids. Ist gut zu wissen. Es ist ziemlich dunkel und der Sonne scheint mir gerade auf dem Monitor. Also ich sehe nicht viel. Jetzt aber raus hier. Den Typen... ...hat sich selbst entzündet. ...neun... ...acht... ...vier... ...weiter geht's. Mann, ich werde zu stoppen, der das wahre Lass. Okay. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Den Typen sehen wir nicht vorher, oder? 88 ist richtig ok na scheiße wie soll man das machen was hat der für eine fette feuer gerade ich weiß wie man das machen soll und zwar würde ich euch das in der nächsten folge zeigen was ich für eine idee habe das würde ich euch vielleicht doch noch gern zeigen weil ich will und gern was rausschneiden ich würde mich natürlich freuen wenn ihr mir sagt ob ich das dann schreiten soll oder ob ich das jetzt immer und immer wieder machen soll weiß ich immer und immer wieder verlieren sollte oder ob ich jetzt noch einmal versuchen sollen dann schneiden ja ich danke natürlich fürs zuschauen ich würde mich natürlich freuen wenn ihr wieder einschaltet in der nächsten folge machen wir dann den freitag fertig und fangen das wochenende an da weiß ich noch gar nicht wie das funktioniert oder ob das überhaupt geht und ja ich würde mich natürlich auch freuen über kommentare über abos über likes über teilen und würde sagen in dem sinne wünsche ich euch guten morgen schönen tag guten abend gute nacht wie immer zum einschlafen aufwachen tagsüber mitten in der nacht wer weiß ich würde sagen atomiker klingt sich aus bye bye